Und Leute, Trimax hier. Heute werden wir zum allerersten Mal das neue Survival-Game Icarus zocken. Mit dabei Sebu, G-Time und Rumatra. Wir haben uns vor einem halben Jahr den Trailer reingezogen. Und da hat uns das Game übel abgeholt. Und das werden wir jetzt zocken. Ey, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schön zu viert ein neues Survival-Game zocken. Wie geil. Okay, wir werden zu viert auf einen Planeten abgelassen. Der ist lebensfeindlich. Extrem lebensfeindlich. Ja, wir wüten so Stürme. Gift und so ein Stuff, hat er gesagt, gerade bei der Anmod. Ja, genau. Aber wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um den Planeten quasi auszunehmen. Wir nehmen alle Ressourcen, die es gibt, nehmen wir mit auf unser Schiff. Und das ist unser Plan. Dann müssen wir aber auch abhauen, wenn der Sturm kommt. Sonst sterben wir und verlieren alles. Okay, cool. Der Talentbaum ist ja insane riesig. Oh, Talentbäume, wie geil. Wir sind sechs Tage jetzt auf dieser Map. Ist das richtig, ne? Sechs Real-Life-Tage haben wir jetzt Zeit. Oh, großer Hursch-Level 18. Hursch, Hursch, Hursch. Hursch, komm direkt auf mich zu. Was machen wir mit denen? Lass den einfach passieren. Lass den durch. Mach's gut. Ich sterb gleich nochmal. Nein. Hey, bist du gestorben? Doch, weil ich keine Luft hab. Wieso hast du keine Luft, Alter? Ist bei mir auch irgendwas schlecht? Ihr müsst das blaue Oxid abbauen und dann das benutzen. Du bist erstickt, weil du keinen Sauerstoff hast. Sebo, du bist nach zwölf Sekunden gestorben. Du musst das hier Oxidvorkommen mitnehmen. Das versammelt dein Dings zu Sauerstoff. Ich bin bewusstlos. Wiederbeleben, stopp, bleib ruhig, bleib ruhig. Da hinten kommt ein Wolf, ist das normal? Beschütze dich, du hast uns keinen Sperr gemacht. Hey Mann, ich hab den Wolf in meiner Schuld, den krieg ich nicht runter. Fuck, Alter, ich will den nicht. Nimm mir den mal ab. Kann mir jemand mal zeigen, wie man eine Axt mir gibt und sowas? Tapp und dann. What the fuck? Vier Stöcke, das schaff ich. Stein, Axt hergestellt. Da, da ist jemand. Wer ist das? Ich glaub, mir ist schlecht. Ich bin... Der eine erstickt, der andere muss kotzen. Das ist geil, Alter. Ich glaub, ich kotz gerade. Ey, jetzt kotzt man nicht so early. Behalt dir das mal schön die Ladung fürs Late Game auf. Alter, krass, der Wolf. Ey, du kannst doch... Was kriegst du? Was... Knochen. Ey, hört doch mal, G-Seig zu schlagen. Wir sind ein Team. Oxygen low, Leute. Jetzt sammelt doch mal das blöde Oxygen ein, Alter. Wer will mit mir den Hirscher legen gehen? Oh, sch. Anschleichen, anschleichen, anschleichen. Schluss die Schleichung. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oh, rennt er her, hinterher. Er ist im Wasser. Hört ihn, hört ihn. Ja, er ist langsam im Wasser. Ich kann ihn mal nicht auf den Kopf schlagen. Ja. Ja, was war das? Mit seiner Hirschinnereien. Ich brauch seine Hirschdarm. Oh, geil, Alter. Du hast die Haut von ihm. Willst du jemand von seiner Luft geben? Hier ist unendlich Oxygen. Komm her. Hier ist unendlich. Alles, alles da drüben. Und wie konsumier ich das jetzt? Weiß ich auch noch nicht. Bau das erst mal ab. Und dann spritzt du dir das gleich in die Wehen rein. Danke fürs Teilen, Max. Bau doch ab, Alter. Digga, hier ist ein riesen Turbofelsen Oxygen. Aber ich hab nichts zum Bauen. Mir fehlt's. Wir bauen uns jetzt hier eine Base, okay? Hier auf der Insel ist es gut. Wir haben Wasser, wir haben Fische. Wir haben immer Essen. Ey, gut. Gute Foundations. Digga, ist ja voll arky. Mit einer Axt gehen, Büsche? Ja. Nee. Doch. Nee, überhaupt gar nicht. Also, kleine Minitannen. Die geben krass viele Fasern. Oh, hier ist ein riesen Oxygen-Sebo. Komm her. Der ist so huge. Der macht ja Sauerstoff für immer. Dieter, ich baue hier auch noch Sauerstoff ab für dich. Und ich rufe dich auch, Romadra. Echt? Gibt du was auch in echt? Gibt es irgendeinen Stein, der unendlich viel Sauerstoff einspeichert? Ist das ein Ding? Alter, super. Wer ist das? Ich bin das. Klasse. Super machst du das. Wollen wir uns spezialisieren? Oder wollen wir einfach jeder alles lernen? Kann man hier Felder bauen? Vielleicht. Wahrscheinlich. Also, überrascht bin ich, oder? Ich hole mal ganz was auf Tab. Alter, der S-Gebaud ist riesig. Ja, ja. Es geht auch bis ran. Überleben, Bauern, Kampf, Solo. Ich will bauen. Es gibt Kochen und Landwirtschaft. Landwirtschaft sind wahrscheinlich Felder. Guck mal hier. Grüner Daumen. Angebautes wächst schneller. Ich denke, du solltest in die Landwirtschaft gehen. Ja, ich bin der Landwirt hier. Definitely. Super Nahrung. Ausgiebige Mahlzeit. Isst du das noch? Das passt zu mir. Erhaltet die Möglichkeit, verdorbene Nahrung zu essen. Jagd, Erkundung, Ressourcen. Ich nehme auch Ressourcen. Ich nehme Ressourcen und Landwirt. Ich habe mein angebautes wächst schneller. Das ist irgendwie dumm. Du kannst doch gar nichts anbauen. Ich weiß, was kann ich überhaupt anbauen, Alter. Das ist hier doch ein Technikbaum. Echt? Ja, der ist viel wichtiger. Guck mal, was gibt es hier? Eine Erhältungsbank, Feuerschale. Oh, das Game ist ja fucking gut. Oh, was ist das für Geräusche? Schlafstar kann jemand bauen. Ach, das ist wahrscheinlich G-Time, der da runterkommt. Geil. Alien-Invasion. Ja. Und so merkt man immer, ob einer jetzt gerade online kommt. Voll geil. Das hörst du wahrscheinlich kilometerweit. Knochensperr, den mache ich mir, glaube ich. Da kommen wir da die Sachen weiter. Feuerschale, Feuerstelle. Anbaufläche. Erfordert Stufe 10. Okay, ich spiele heute bis 8. Ich kann morgen nicht zu Teammates. Ich rufe an, ich muss Teammates absagen. Geil, Alter. Wie levelt man? Wie levelt man, Alter? Storm incoming. Oh Gott, das siehst du auch. Guck mal in die Luft. Guck mal nach Norden in die Luft. Da seht ihr den auch kommen, den Sturm. Alter, ist das geil. Ich habe keine Bären mehr. Ich habe kein Essen. Der Sturm ist gleich da. Ich habe 7 von 24 Steinen. Dann habe ich alles. Ich gebe dir Steinen. Hier, guck mal. Ich habe auch noch Steinen. Das ist Teamwork. Guck mal hier. 37. Alter, das ist viel Steinen. Lagerfeuer herstellen. Geil. Ich will Level 10 kommen. Da kann ich Anbauflächen machen. Ich habe 250 Weizen. Das ist geil. Kann man das irgendwie schon verwandeln zu irgendwas Geilem? Und wie levelt man jetzt hier denn? Ich weiß nicht. Kann man den Weizen in der Mühle oder so malen? Ja, wir haben nur eine Holzfoundation und Lagerfeuer. Wo willst du jetzt eine scheiß Mühle? Schmiede. Oh, draußen ist kalt. Draußen ist kalt. Ja, draußen ist scheiße. Ich bin in Sturmaussetzung. Kein Unterschlupf. Ich habe noch nicht gegessen. Ich habe kein Essen bekommen von dem Fleisch. Hatten wir nur drei Fleisch? Hatten wir nur drei Fleisch? Hallo? Ein einfaches Gerät zur Verarbeitung von Oxidat. Melonen. Hast du Melonen gefunden? Melonen und Kürbisse. Sojabohnen. Ich habe alles gefunden. Hier ist so viel Essen auf der Seite. Hier ist ein Talent. Schneller Stich. Das ist ein geiles Talent. Wir brauchen Schiff Strobel. Der würde das direkt leveln. Koffebean. Kaffee kann ich mal. Wie geil. Alter, ich habe so viel Kaffee. Alter, geil, Mann. Und wenn wir innerhalb der sechs Tage nicht schaffen, zu dem Exit zu kommen, ist alles weg. Dann sterben wir. Wir verlieren alles, was wir haben. Alle Level. Alles ist weg. Die Maps variieren auch von sechs Stunden bis halt über Tage hinaus. Korrekt. Oh, geil. Ich habe Schwefel. Damit können wir uns Schießpoller bestimmt machen. Wir brauchen Werkzeug, dass wir mit einem Schlag mehr kriegen. Ja, da kommt ja noch. Erstmal leveln. Erstmal leveln, sage ich immer. Sebo, kommst du mal bitte? Warte, ich mache eine Fackel an. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Komm mal bitte zu mir. Ich bin runter zum Wasser. Wasser, runter zum Wasser. Berg runter. Nein, falsch rum, falsch. Hier ist nämlich ein Wolf. 29 Level Wolf. Können wir ihn töten? Mein Speer verloren. Ah! Ah! Warte, ich helfe dir. Ja! Nice! Oh mein Gott, du bist so gut einfach. Großer Hirsch. Nein, nicht so. Erst häuten. F gedrückt halten bei dem. Mit dem Häutemesser. Ich habe kein Häutemesser. Geil, okay. Jetzt, was brauche ich? Ich brauche ein bisschen Sauerstoff. Ich bin Bergzeugfarmer und ich bin Landwirt. Ey, man kann euer Eventar in 100er Haufen ablegen. Ich habe jetzt 200 Holz platziert. Leute, ich mache euch Kleidung. Wenn ihr welche wollt. Ich bin der Kleidungsmacher. Cool. Ist das gut gegen Kälte? Ja, guck mal, wie ich aussehe. Wollte dich nicht, ne? Alter. Geht es gut gegen Kälte? Das nehme ich einmal. Ey, wer hat da Stoffhelm gemacht? Max, du? Street-Temp war das. Ich wollte dich gerade loben. Survival Icarus ist am Start. Die Publisher. Die haben verifiziert einen Twitch-Kanal. Frag die mal bitte, warum ich keine Strohtür platzieren kann. Du musst Englisch sprechen. Why can't I build a... A wooden door. Why can't I build a Stroht door? Wie ist Sammy? Hey, hier liegen die Sachen auf dem Boden, Max. Nimm die. Zack. Bevor Romatra sich die einheimst. Hey, scheiße, der Baum brennt, oder? Der scheiß Baum brennt, Bro. Du hast den Baum angezündet. Bro. Oder? Mach mal aus. Geht nicht mehr aus. Mit was denn? Nicht mit der Fackel auf jeden Fall. Scheiße, Alter. Das ist doch schlecht neben unserer Base, oder? Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ja, es brennt unsere Bude. Jetzt brennt sie. Irgendwer hat's geschafft. Unsere ganze Scheiß-Bude brennt. Oh nein, das war's dann. Nein, nein, schnell reißen die Hände, die Brenne schnell abzureißen. Weil trinkt das was. Roden, 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 drauf, drauf. Roden, 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 roden. Ich brenne. Haben wir's gerettet? Wir haben's, glaube ich, gerettet. Nein, es ist in... Wir müssen die umliegenden... Oh Mann, der Sturm kommt gleich. Wir sind dann tot. Ah nein, stopp, wir haben's geschafft. Stopp, 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 stopp. Ich bau neu. Das war definitiv einer von euch. Ich war auf einmal am Brennen. Also das mit dem Lagerfeuer im Haus machen wir nicht mehr. Ey, ihr dürft nicht ins Wasser gehen. Das Wasser ist super kalt. Ey, scheiß, Leute, ich hab eine bakterielle Infektion. Einer von euch Medizin dabei. Ich hab voll viele Bakterien im Blut gerade auf einmal. Wo siehst du das? Links unten. War's halt im kalten Wasser, ne? Und da weiß man ja, da macht man nicht. Ich hab ausgeprägte Staphylokokken. Ey, Leute, helft mir doch mal. Das ist doch scheiße. Staphylokokken hab ich im Endstadium. Angegenwächst von mir. Nein, du kriegst du nicht mehr. Komm mal, Dieter, komm mal, dich da an mich ran. Komm mal, dich da an mich ran, Mann. Hilf mir jetzt mal. Ey, geh doch mal. Wie baut man denn Medizin? Wie geht das denn mit Krankheiten, Alter? Wie Hardcore? Ja, wie baut man... Schilfblume. Ne, kann man nicht essen. Ja, jetzt musst du überlegen. Aus was macht man Medizin? Aus... Also Natura aus. Lilie. Ne. Lilie und Schilfblumen. Ja, scheiße, Alter. Dahinten brennt schon wieder was. Könnt ihr aufhören, alles anzuzünden? Siliziumoxid-Erz? Ey, der ganze Wald brennt. Ich weiß, wie das passiert. Ja, ich hab's gleich gesagt. Sebo was. Uah! Ey, was war das? Das war ein Baum, der gefallen ist, glaube ich. Der hat mir auch ein Bild der Geschichte gemacht. Mann, wir brauchen das heute, um auf alles abzubrennen. Aber im Haus sind wir sicher. Ich glaube, ich hab auch ein paar Bakterien getrunken jetzt. Nein, hör mal auf jetzt. Mir geht's schon wieder besser. Ein Watcher-Event in coming, was ist das? Das nennt man doch Weather, Alter. Was ist los mit dir? Wie sagst du Weather-Watcher? Watcher-Event? Bro. Scheiße, ich muss kotzen. Wieso muss ich jetzt kotzen? Die bakterielle Effekte verdorben dann nach für langsamen Gesundheitsverlust. Mit Antiseptika heilen oder einfach abwarten. Ich hab mich schon wieder infiziert. Alles hier infiziert mich, Alter. Du hast Durchfall, weil du kontamintiertes Wasser getrunken hast. Scheiße, die Wand an. Wie kann man denn da eine Heilung geben? Er hat den verkohlten Mais hergestellt. Ey, das ist gut. Verkohlter Mais. Warum? Verkohl ist doch scheiße. Da stand, dass das besser ist. Jetzt auch noch ein Sturm. Wir werden hier alle verrecken. Zusammen in einer Hütte. Wir haben alle verschiedene Krankheiten und kein Essen. Hat jemand Leder und Fell? Nee, ne? In den Kisten hab ich ganz schön. Leder hab ich in die Kisten getan. Ey, hier penne ich. Ich hab keine Arme und ich hab keine Füße. Ich hab dir alles gemacht. Drei Stück hat das gemacht. Kopf, Truhe, Beine. Ja gut, den Rest kann ich noch nicht machen. Ach so, dann ist gut. Dann bedanke ich mich sehr herzlich und das war toll. Hochgestuft. Raub, wir spielen gut. Wir sind gute Gamer. Hey, wann zocken wir? Oder habt ihr noch einen Spielstand, wo ihr alleine spielt? Ich bin immer ab 20, 21 da. Das ist zu spät. Wir treffen uns immer um 11 Uhr morgens. Max, ab dem 1.1.22 bin ich sogar morgens da. Okay, das ist geil. Weil ich jetzt versuche. Hab ihr schon gehört? Vollzeit. No risk, no fun, ne? Geiler Typ, man. Muss man probiert haben. Ich bin immer da. 24, 7. Das stimmt. Probierst du auch Vollzeit, ne? Ich bin Lebzeit. Ich hab auch überlegt, ob ich einfach mal versuche, Vollzeit zu streamen. Macht ihr euch darüber jetzt lustig so ein bisschen? Ja, natürlich machen wir das. Warum? Weil du voll erfolgreicher Spieler bist und du probierst dich mal selbstständig zu machen. Oh, ich probier mal mein Glück. Mal gucken. Oh, ich hab 2500 Subs. Ich probier mal, ob es reicht. Ja, ich versuch's mal davon zu überleben. Oh Gott. Vielleicht ist das eine falsche Entscheidung, wenn ich fünfstellig im Monat verdiene, mich selbstständig damit zu machen. Oh Mann, Alter. Das ist trotzdem, ich find das ganz komisch abzuschätzen alles. Weil jetzt zum Beispiel Krankenkasse und dann Rente und dann das noch. Ja, das wird echt knapp mit 10.000 Euro im Monat. Ich würd doch nicht Vollzeit gehen, wenn ich die will. Leute, ihr habt alles schon den richtigen Vertrag und so. Ich ja nicht. Ja gut, ich hab echt den richtigen Vertrag. Ja, siehst du? Und ich ja nicht. Ja, wir haben fast die ganze Insel gerodet. Geil. Scheiß mal auf die Natur hier auf der Insel. Scheiß auf die Natur. Sagen wir so, wenn das dann echt die klappen soll, dann hab ich auch kein Problem, wieder Malochen zu gehen. Das sag ich mal ganz ehrlich. Was ist Malochen? Gute alte Maloche. Fuck. Du hast nicht mal einmal in deinem Leben gearbeitet, Romatra. Was? Bullshit. Ich hab mindestens ein Jahr lang einen Praktiker gemacht. Oh denn. Hä, bei Mercedes? Von einem Jahr lang bei Mercedes. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich hab alles gemacht. Ich hab Zeitung ausgetragen. Pizza ausgeliefert. Basketballschiedsrichter. Also Zeitungsaustragen mit 14 zählt für mich nicht als Arbeiten. Ja, nee. Das ist auch keine Arbeit. Da wirst du übergeknechtet, aber gearbeitet. Und mit Mercedes gemacht. Ja, und was hat er da gemacht? Hat er die Felgen in Schaulung probiert? Die Ledersitzgewaben gesessen. Genau. Und das war der Einzige, was du jetzt gemacht hast. Sorry, dass ich noch nicht 35 bin, Sebo. Sorry, dass ich ja 26 bin. Was? Du bist 26, Sebo? Du kommst mal mindestens acht Jahre älter als ich. Ich hätte jetzt gesagt, Sebo ist der Älteste. Dann kommen G-Time und ich. Und dann ist Romatra. Aber 26 ist echt weird. Du hast so voll die 40-Vibes, kriege ich von dir. Weißt du? So, wenn du sagst, du wurdest 84 geboren, dann sage ich, ja, das hätte ich jetzt auch so geschätzt. Ja, ich muss halt so mehr reden wie ihr dann, ne? Muss ich mich daran gewöhnen, so. Ja. Wir sind sehr am Zahn der Zeit. Wir sind sehr hip und angesagt bei der E-Kind. Ja, Nuscheln ist auch hip, tatsächlich. Ja, wie viel Holz wir haben. Ich bin in den kompletten Wald gelegt und bei uns eingelagert. Geil. Du hast es aber auch richtig scheiße platziert, Max. Ja, geht besser. Mach mal oben größer, mach mal größer, der. Wir sind vier Leute. Was soll, wenn wir so einen kleinen Kack-Kabuff machen? Gibt das nicht auch noch XP, wenn du die Foundations baust? Mach doch jetzt mal. Mach doch mal hier. Du bist der Bauskiller. Skill den Baum und bau den. Okay, ich baue jetzt hier oben mehr. Ne, auch insgesamt viel mehr. Direkt mal zehnfach so groß. Wir wohnen hier, Mann. Das ist unser Zuhause. Wir haben es jetzt mehrstöckig, das Haus. Größer. Dann müsst ihr aber auch... Ich scheiß auf materielle Sachen rum, Matra. Matra auch. Ich möchte das Geldsystem abschaffen. Man arbeitet nur für Mercedes und Amazon. Ich hab da Kotzen. Warum? Nur weil ich Mais gegessen hab? Ich schmeiß da Mais weg. What the fuck? Ich krieg so viele Bakterien durch das Wasser. Was ist das für ein Dreckswasser? Ach, Digga, jetzt hab ich so viele Bakterien mehr. Jetzt kann ich nicht mehr abbauen, Alter. Keine Ausdauer. Kohleerz. Super. Und Kohle ist geil, glaube ich. Kohle brauchen wir später für die Schmiede. Weiß ich nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Aber es klingt so. Okay, das machen wir bisher sehr, sehr gut. Ausgesprochen gut. Wie machen wir das jetzt? Jeder gibt alles, was er hat, ab. Ich hab jetzt 200 Oxid. Aber was ist, wenn jetzt jemand einfach sagt, yo, ich hab kein Oxid und gefarmt und nichts. Und dann zack. Weißt du? Hier musst du mehr erklären. In den vergangenen Games war es irgendwie viel so, dass ich sehr viel gefarmt habe. Und dann hat Matra auch coole Sachen draus gemacht, aber nie gesagt was. Und dann waren einfach die Ressourcen weg. Und ich hab einfach nur gefarmt. Das ist doch ein Bullshit. Kann jemand ein Verband herstellen? Das ist so eine Wunde. Kannst du Verband herstellen oder brauchst du noch was? Ich gucke mal, was ich brauche alles. Verband. Fasern. 40 Fasern. Haben wir die hier unten? Ja, safe, ne? 200. Hier. Liegen die auf dem Boden. Los, strong. Ich hab jetzt ganz viele Verbände gemacht. Fünf Stück. Fünf Verbände, gönnen sie dir. Ich benutze mir erst mal einen Pfeil und einen Bogen. Genau. Und einer sagt, sagt... Oh, ich hab das Kind im Kopf getroffen. Ja, so hab ich gerade auch geschrien. Siehst du? Er hat es auch erlebt. Geil, ne? Also jetzt hätte ich auch gerne einen Bogen, wenn ihr da so drüber redet. Ich hab's gesehen. Das war sofort tot. Das war ganz geil. Aber die Mutter kriegen wir nicht. Die hat doch viel mehr Fell. Treffer, geil. Mission abgeschlossen. Silizium, was ist das? Matra, Silizium, was ist das? Machst du Halbleiter mit. Halbleiter? Kannst du auch auf Deutsch sagen, dass jeder das versteht? Keine Ahnung. Das ist das, was den... Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber machst du auf jeden Fall Elektronik. Okay, dann haben wir schon ein bisschen ernst dafür. Ich hab dieses Messer nicht zu enthalten. Hier ist einer. Wir brauchen Fell für die Nacht. Hier liegt der. Kann einer herkommen? Kann das einer von euch? Oder ich mach mir einfach schnell ein Steinmesser. Mach dir ein Steinmesser. Hab's mir gemacht. Steinmesser brauch ich mehr Steine. Ich hab ein Tier gezähmt. Gezähmt? Letzt ehrlich? Ja. Hier, Romatra, guck. Wo bist du? Es klebt ihm quasi an den Fersen, das Tier. So gut hat er das gezähmt. Ich wusste gar nicht, dass man das so schnell in Kontrolle kriegen kann, so ein Tier. Ja, gut. Es ist gut gezähmt. Siehst du die Beine? Ja, es schwabbelt wie hin und her, wie sonst was, Alter. Weather-Event coming. Marta, kannst du mal gucken, ob das Kind irgendwie auskommt. Lass mal die Betten fertig machen, dann können wir pennen. Dann haben wir mal alle Fell und Leder bitte für euch. Wo geht schon los, der Regen? Oh Mann. Oh nein, ich bin auch noch draußen. Wir müssen mehr Fell holen, bevor die nächste Nacht kommt. Dann können wir pennen. Ich werde anakiert von ganz vielen Wölfen. Das ist einer, ich sehe es. Ich habe es geschafft. Heute ihn, heute ihn auf jeden Fall. Hast du noch heute Maschine dabei? Ja, natürlich. Heute Maschine immer dabei. Das bin nämlich ich. Ich brauche mal einen Durchgang zu unserem Lager hier. Ich öffne das hier mal ein bisschen. Hier sind keine Fasern mehr drin. Alle Fasern sind aufgebraucht. WTF? Was zum Fick? Was ist geschehen? Ich habe das Ding across the map geheadshotet mit Animationen. Was war das denn? Okay, ich mache doch nicht auf Landwirt. Ich werde zum Jäger. Ach du Scheiße, ich habe maximale Sturmaussetzungen. Und jetzt? Haben wir dir gesagt. Wir haben gesagt, setz dich nicht maximal im Sturm aus. Ich wollte das noch häusen. Wir haben es dir gesagt. Wir haben immer wieder gesagt. Max, setz dich nicht maximal im Sturm aus. Helfen wir mal bitte. Jetzt ertrink ich auch noch. Ich bin im Fluss. Ich bin im Fluss. Ihr müsst mir entgegenkommen. Exposure. Exposure. Warnung. Warnung. No shelter. Oh, ist ja übergeil geworden. Antiparasitencreme. Blutverdünnungspaste. Antibiotische Paste. Das ist doch geil. Hefe, Silizium und Erz und Holzkohle. Das haben wir. Hitzeverband. Geil. Knochenmesser. Bodenfackel. Das mache ich. Der will sechs. Da sind wir. Der will sechs bist du. Knochensichel. Alter, sick. Jetzt geht es los. Feuerstille. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Wollen wir mich alle verarschen oder was? Da gibt es bestimmt noch richtig weirde Planeten. Es gibt 20 Planeten. Das ist der erste. Hier gibt es nur hier. Ziegen und Wölfe. Digga, da gibt es doch safe noch Aliens, oder? Das ist ja komplett stockfinster, dunkel, düster. Ach, Leute, was seid ihr denn für welche? Wo sind denn eure Bodenfackeln? Next Level jetzt hier. Dreimix hat einfach eine Bodenfackel gecraftet. Signum Station zu aktivieren. Kraftstoff verwenden. Welchen Kraftstoff denn? Wie wäre es mit Holz? Geil. Jetzt brennt erst mal die Bühne. Das ist doch geil, oder? Aber jetzt hast du den Spawn verhindern. Betten, ich brauche viel Fell. Da liegt Fell. Dann bau die Betten auch daneben. Hier drüben. Herstellen. Und das andere schon ist. Ich sehe sogar, wie du baust. Das ist auch cool. Ja, das ist echt ziemlich cool. Ich liege in der Mitte. Du kannst nur zwischen 18 und 7 Uhr schlafen. Wie spät haben wir denn? Es sind 7 Uhr. Wir haben schon gepennt. Aufstehen, Mann. Wir haben gepennt. Wir haben gepennt. Aufstehen. Digga, du Langschläfer. Wirst du viel drödeln. Wirst du viel drödeln, hä? Wir haben die Zeit nicht mal. Das pennst du so lange. Stell dir mal auf. Was sind denn jetzt hier so richtig wertvolle Materialien? Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist ja die Frage. Das wissen wir ja auch nicht. Silizium habe ich jetzt zum Beispiel nur einmal gefunden. Das hat schon ein bisschen Schiss, wenn man sich von der Base entfernt, ne? Ja, weil man nicht weiß, was kommt, ne? Das ist das Ding. Ja, es kann halt jederzeit noch was Neues wiederkommen. Ja, und wir wissen dann halt nicht. Ja, also wir können auch früher abhauen rein theoretisch und auf die nächste Map gehen. Ja, aber ne, wir waren hier noch nicht überall. Wir müssen erst einmal geforscht sein. Wir müssen auch schön levelen, die ganzen Basics lernen, die ganzen Stuff, dass wir auf den anderen Planeten klarkommen. Was? Ja, ich bin weit weg, soll ich zurückkommen? Bin viel zu weit weg. Finde ich ja jetzt schon anzuregnen. Oh man, mir ist übel. Ich habe Ausdauer reduziert. Oh mein Gott, ich bin gemütet seit über einer Stunde Sonne Scheiße. Alter, Romatra. Ja, komm zurück. Das überlebst du nicht, wenn du jetzt nicht zurückkommst, Max. Oder lern schnell, wie du Strohsachen baust und craft dir kurz einen 1x1-Dinger. Ich kann nichts lernen. Scheiße, das ist lost. Ich schaff's nicht. Wie dumm. Ich auch. Wieso sind wir so weit weggegangen? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich habe volles Essen, volles Trinken, volles Oxygen und chill hier im Shelter. Du kannst einen großen Stein abbauen und dich da unter chillen. Meine letzte Hoffnung. Ja, oder sammel halt kurz ein paar Fasern und baue dir einen Viereck. Das geht echt schnell. Das ist Fy-Fat mit dem. Kannst du später einen Solarkollektor machen? Doch, das funktioniert. Ja, funktioniert. Wie geil. Ich verliere Leben, weil ich durstig bin. Mir geht's gut. Ey, hör mal auf. Jetzt ist es kritisch. Mir geht's richtig gut. Sturmaussetzung null. Ja, aber ich habe Durst. Ich bin reich. Ich mache jetzt aber Schluss. Achso. Nee, ich mache Schluss. Kann ich hier auch Schluss machen, wenn ich hier in der Höhle chill? Allein das Bild hier mit den Eisbären, das wird noch so geil. Das ist ein extrem geiles Game. Das ist ein extrem geiles Game. Das ist mehr Überleben als Ark und Rust. Und es hat aber den übel Satisfactory-Vibe, so von den Planeten und allem Möglichen. Aber es gibt halt keine Maschinen. Also es ist ein extrem geiler Misch. Es geht wirklich ums Überleben. Dass du dich auch mit irgendwelchen Bakterien infizieren kannst oder Parasiten oder Viren oder irgendwie sowas. Das ist alles sehr geil. Sauber. Ey, das wird nice. Das ist alles.